Herzlich Willkommen zu dem Tutorial HTML und CSS. Mein Name ist Frederik Weiß und ich führe euch durch diesen Kurs. Wir hatten angefangen uns einige wichtige Befehle anzuschauen und diesmal möchte ich euch ein paar Sachen zeigen, die nicht auf der Internetseite angeschaut werden, die aber trotzdem wichtig sind und nicht auf der Internetseite angezeigt werden, die aber trotzdem wichtig sind und das erkläre ich euch diesmal. So sieht unsere Seite zur Zeit aus. Keine Angst, wir kriegen noch ganz viel Grafik mit dazu, aber im Moment müssen wir uns erstmal so um die Grundlagen kümmern und so sieht unser kleines Programm bisher aus. So und hier in dem Head-Element, da programmiere ich lauter Sachen rein, unter anderem die Sachen, wie eine Suchmaschine mich finden kann und das ist ja für eine Internetseite nun sehr, sehr wichtig. Und dazu gibt es einen einzigen Befehl mit einigen Unterbefehlen und das ist der Befehl Meta. Der steht auch in Winkelklammern, aber der steht nicht alleine da. Dazu gibt es dann noch einige sogenannte Attribute. Und die Attribute, die werden auch immer in die Winkelklammern beschrieben, gehören immer zu einem Tag mit dazu, hier zu dem Meta-Tag eben und stehen dahinter. Und zum Beispiel kann ich hier reinschreiben, Name ist gleich Autor und dann schreibe ich hinein Content, also Inhalt ist gleich Friedrich Weitz. Und damit sage ich der Internetseite und natürlich auch den Suchmaschinen, hier, das habe ich geschrieben, ich bin der Autor von dieser Seite. Das wäre eine Möglichkeit, die ich machen kann. Oder zum Beispiel kann ich hineinschreiben, ja, das ist noch wichtig, Meta, so Name gleich, so. Und hier gibt es so einige übliche Wörter, die man reinschreiben kann. Man kann also alles nehmen eigentlich, was einem so einfällt bei Name und kann da alle möglichen Sachen reinschreiben. Es ist aber ganz sinnvoll, hier so ein paar bestimmte Sachen wirklich so zu machen, wie das üblich ist. Da gibt es zum Beispiel eine Description-Beschreibung als Name und beim Content schreibe ich alles hinein, was diese Webseite beschreibt. Dies ist eine Übung zum Programmieren in HTML und CSS. Ich schließe das Meta-Tag mit der Winkelklammer zu und lasse das Ganze so darstehen. Dann auch noch ganz wichtig, es gibt so bestimmte Kernthemen, die man ja auf seiner Internetseite auch behandelt. Und da schreibe ich zum Beispiel, oder dann benutze ich das Wort Keyword hier in dem Attribut Namen, Keyword. Und dann schreibe ich zum Beispiel unter Content, schreibe ich dann die verschiedenen Keywörter hinein. Und da schreibe ich zum Beispiel, weil wir ja jetzt eine Minecraft-Seite programmieren wollen, Minecraft, dann nehme ich mich selbst mal als Keyword. Und dann, was weiß ich, Schule und, weil es in Berlin geht, auch Berlin. Und schließe das Ganze und habe dann einige Stichwörter angegeben, die auch vom Internetbrowser oder von Suchmaschinen gefunden werden. Und das ist das Wichtige, wozu man eben diese Metas hier oben hineinschreibt, damit man von Suchmaschinen gefunden wird. Das ist so eine Möglichkeit. Jetzt gibt es noch ein paar andere Sachen. Es gibt zum Beispiel den, oder nee, Moment, wir speichern das Ganze jetzt erstmal ab. Und so, und wir haben jetzt eine ganze Menge Sachen geschrieben, aber eben Sachen, die nicht auftauchen. Und wir schauen uns das nochmal an. Ich lade das Ganze nochmal neu und es ändert sich gar nichts. So, eine Sache, die sichtbar geändert wird, die auch hier oben reinkommt beim Head oder in dieses Head-Element, ist das Tag Title, Titel. Und da schreibe ich hin, meine erste Internet-Seite. Und schließe das Ganze mit einem Ant-Tag. So, ich speichere wieder ab. Und jetzt schauen wir uns mal an, was hier passiert. So, und wenn ihr hier nur auf die Seite geschaut habt, dann denkt ihr, hm, ist ja gar nichts passiert. Aber wenn ihr hier oben auf diesen Reiter schaut, da seht ihr, jetzt steht dort plötzlich meine erste Internet-Seite. So, mit Title ändere ich hier oben, was hier oben drin steht. Und das ist ja sozusagen so die erste Visitenkarte. Das heißt, ihr solltet immer, wenn ihr eine Internet-Seite programmiert, auch einen Titel dafür auswählen. Gut. Und hier oben in dieses Head-Element kommen noch eine ganze Menge mehr Sachen hinein. Da zeige ich euch im Laufe des Kurses noch eine ganze Menge. Aber wir werden beim nächsten Mal erstmal wieder weitermachen und werden uns hier unten um unseren, um das Auftreten von unserer Internet-Seite kümmern. Gut. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu langweilig für euch, weil es ist tatsächlich so Hintergrund-Gram, wo man so sagt, naja, ich möchte ja auch auf meiner Internet-Seite was sehen und ja und so. Und finden sollen mich die Leute erst später, aber es ist wichtig. Und ich denke, das solltet ihr im Kopf behalten, dass ihr solche Meta-Tags dann auch gut auswählt und sie auch fleißig benutzt. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Dann drückt mir bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und werden jetzt dann wieder in die Darstellung hineingehen. Bis dann. Bis dann. Bis dann.